einen wunderschönen guten tag und herzlich willkommen zu einem neuen youtube video ihr seht schon heute wird es auf jeden fall sehr wild loren stellt zum zweiten mal ihren wunderschönen ford mustang vor Memphis, 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 Memphis. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Es wird jetzt gleich mal wieder so sein, dass wenn ich das Telefon drehe, entweder seht ihr dann kurz nur die Lorraine, hört mich hinter dem Telefon oder ihr seht nur das Auto, also nicht böse sein. Uns fehlt nämlich heute ein Kameramann, aber das kriegen wir hin. Vielleicht für die Leute, die jetzt dein erstes Video nicht gesehen haben, machst du nochmal so eine kleine Vorstellungsrunde von dir, bevor wir zu deinem geilen Gefährt kommen. Genau, also ich bin die Lorraine, ich komme aus Bamberg, ich bin 31 und der Mustang war schon immer mein Traum. Viele kennen ihn vielleicht noch mit einer Flip-Flop-Folierung, aber wir haben diese Saison wirklich alles geändert. Aber was ich sagen muss, du hast wirklich einen sehr, sehr guten Geschmack. Dankeschön. Was hat sich denn hier vorne an der Front alles, also ich muss, bevor ich überhaupt anfange, schaut euch mal bitte an, wie breit, böse, brachial dieses Auto einfach von vorne ausschaut. Vor allen Dingen ohne Kennzeichen von, einfach geil. Einfach ein wunderschönes Auto. Wie viele Kilometer hat er etwa? Oh, ich glaube fast 60. Ich glaube, es müssten 58.700 noch irgendwas sein, ja. Vor zwei Jahren war das, wo wir das Video gedreht hatten, oder? Genau, 2020, im September oder Oktober müsste es gewesen sein. Da hatte er, ich glaube, so an die 20, 22, also ein bisschen recht, oder ich bin recht viel gefahren. Ich fahre ja auch zum Treffen und du fährst ja auch viertel Meilen mit dem Auto, ne? Was fährt er da für eine Zeit? Also mit den 19 Zöllern letztes Jahr hatte er 13,6 und dieses Jahr habe ich leider etwas einbüßen müssen mit den 20 Zöllern, da waren es 13,8. Das haben wir trotzdem eine gute Zeit. Ja. Ja, erzähl mal, was hat sich denn jetzt hier alles verändert? Wollen wir direkt hier bei der Front einmal starten? Also beim letzten Video war er ja komplett von den Anbauteilen noch Serie, da war lediglich die Folierung und eine Leistungssteigerung drauf. Dann hatte ich in 2021, hat er schon die Anbauteile bekommen, aber eben noch in der alten Folie und da waren sie nicht lackiert. Also wir haben hier einmal die GT500 Front, diese quasi, die Lippe und diese Flips sind, gehört alles zu der Front dazu. Okay, und die, die mit hier hochgehen auch? Ah, okay, alles klar. Auch wenn er so breit ist, man denkt immer, das ist nicht eingetragen, aber das ist wirklich auch beim Original-Shelby so, dass er eben diese Wings so weit an der Seite hat, genau. Es schaut wirklich, es schaut einfach krank aus und wenn man es jetzt echt so sieht, denkt man erstmal so, okay, das ist bestimmt illegal, aber nein. Nein, das ist alles eingetragen, genau. Letztes Jahr waren die Anbauteile noch matt, das hatte ich ja damals in dem ersten Video ein bisschen bemängelt. Ja klar, man muss immer das Preis-Leistungs-Verhältnis sehen, deswegen habe ich alles lackieren lassen in der Winterpause. Ja, ich finde, es schaut einfach nochmal wertiger aus, wenn eben alles in dem Glanz schwarz und es auch zum Rest dazu passt. Also der Flügel ist ja auch lackiert, die Lufthutze ist ja lackiert, also dass das alles ein bisschen ein stimmiges Bild gibt, genau. Aber die Hutze hat sie damals noch nicht drauf, oder? Nein, das ist die Shelby-Motorhaube. Und da sind auch wirklich echte Haubenschlösser verbaut, also bei den normalen Hauben, die man bestellen kann, sind es meist nur so Plastikabdeckungen. Und die sind eigentlich schwarz, aber durch das Waschen sind die jetzt Silber geworden. Steht aber eben trotzdem auch in Silber, ne? Ja. Schaut trotzdem gut aus. Also ich habe noch schwarze zu Hause, ich habe mir die auf Ersatz bestellt, das müsste man einfach nur nochmal ändern. Aber die sind dadurch, dass die Nachbaufront leider nicht ganz so gut verarbeitet, also das heißt ganz so gut verarbeitet, die Befestigung ist nur mit einer Kunststoffschlaufe, wo die Schraube durchkommt. Und zu 90 Prozent reißen sich alle Mustang-Fahrer die Front irgendwann weg. Und bei mir war das leider schon, ich bin nur Autobahn gefahren, kann sein, dass ich irgendwie vom Einlenken her irgendwie blöd drankommen bin, hat es mir die eben schon weggerissen. Und deswegen haben wir da diese Schnellverschlüsse in klein dran gemacht, damit sie eben, also die hält jetzt bombenfest, da passiert gar nichts mehr. Aber mit der Stoßstange ist dann gar nichts passiert, oder? Ne, die hing einfach nur weg. Gott sei Dank. Ja. Weil ich glaube, die ist bestimmt auch teuer. Ja, an die 1.000 kostet die Stoßstange und 1.000 die Haube. Und das Lackieren halt noch, ne? Ist schon mächtig, jetzt gerade nur für so eine Frontstoßstange ist schon ordentlich. Aber sie sieht halt komplett anders aus. Also die macht halt diesen richtig aggressiven Look und das hat mir eben so gut gefallen. Es schaut schon, du hast alles richtig gemacht, es schaut mega böse aus. Sag mal, diese Brembo-Bremsanlage, die hattest du schon dran? Die ist original im Mustang drin, ja. Ja, da werden nur noch die, das ist jetzt noch so ein bisschen Detail, die lasse ich noch lackieren. Ich bin mir nur noch nicht sicher, ob ich sie schwarz glänzend mache oder passend in Rot und dann den Schriftzug in Schwarz, das müssen wir noch schauen, genau. Die Schweller, gehören die mit zu dem Paket dann mit dazu oder sind die separat? Also zum Look, zum Shelby Look, ja, sind aber separat. Und die werden auch wieder in Kunststoff schwarz matt gekommen und da habe ich sie auch lackieren lassen, genau. Die haben eben auch passend zu der Front vorne, man sieht ja hier schon, dass sie breiter ist und es schließt halt hier einfach nochmal schön ab. Das ist brutal. Schaut mal, wie weit der Schweller dann nochmal rauskommt. Das ist echt richtig, es ist krass. Es ist schon wirklich. Aber auch eingetragen. Es gibt auch die Variante, die Schwelleraufsätze hinten hin zu machen. Schaut auch nicht schlecht aus, habe ich auch überlegt. Aber zum richtigen GT500 können sie einfach vorne hin. Aber Look. Ich muss ehrlich sagen, mir gefällt das Rot viel, viel besser als deine Flip-Hop vorher. Schaut euch mal an, wie krass dieses Rot, diese Konturen von dem Auto, auch gerade jetzt hier so die Shape, wie das das einfach alles hervorhebt. Das schaut einfach sehr, sehr geil aus. Also mir gefällt sie auch besser. Ich fand, also ich habe ein bisschen geweint, wo wir sie abgezogen haben. Das hat mir schon auch gefallen, aber es ist einfach zu weit verbreitet jetzt. Also es sind immer mehr Autos, egal welche Marke. Ich sehe immer mehr mit dieser Flip-Flop-Polierung. Aber das war, ja, ich denke, es war die richtige Entscheidung, die Folie, auch wenn sie nur ein Jahr drauf war, sie nochmal zu wechseln. Diese, wie nennen die sich? Lacknuts? Longnuts oder Racing Bowls. Genau, die sind von Barracuda. Habt ihr die vorher schon drauf? Nein. Die sind auch neu. Die sind auch richtige, also nicht mit Magnet oder so, sondern das sind wirklich ganze Schrauben. Gibt es auch in verschiedenen Farben. Genau, Felgen haben wir ja auch geändert. Das war ja so ein Thema, wo jeder drauf rumgehackt hat, auch diesen silbernen Ferienfelgen. Ich konnte es irgendwann nicht mehr hören. Ich hätte es ja schon geändert, aber ich meine, wenn man so ein Auto umbaut, das geht halt nicht von heute auf nachher. Ja, vor allen Dingen hier, ne? Ja, man braucht halt auch das Kleingeld. Und für mich war halt erst mal der Sound und das andere wichtiger als die Felgen. Aber jetzt hat es sich ja geändert. Wir werden auf jeden Fall nachher mal deinen Sound hören und sind gespannt. Also ich muss sagen, ich höre dich schon nochmal vermeiden. Jetzt hört er sich auch an wie ein V8. Also Serie ist er ja wirklich. Oder hat sich vorher schon anhört wie ein V8. Ja, aber es geht nur noch ein bisschen besser. Das ist halt lieber mit noch ein bisschen mehr Feuer. Ja. Was hat sich hinten noch verändert? Also wir haben einen neuen Diffuser, der auch lackiert ist in schwarz. Dann das gecleanete Heck. Und natürlich von Schrupp, der Heckflügel. Der schaut auch richtig geil. Ich finde auch, es gibt viele Spoiler, die jetzt sage ich mal nicht so zum Auto passen, aber der passt. Bei dem Heckflügel ist es so, er ist mit, ich glaube es gibt nur noch ein oder zwei verschiedene, die auch wirklich komplett mit am Teilegutachten sind. Weil die meisten Heckflügel, die man bestellen kann, ist entweder gar nichts dabei oder ein Materialgutachten. Und besonders wenn es halt an Carbon und so geht mit Materialgutachten. Das ist immer schwierig. Ja, genau. Und wir sehen auch gleich andere Endrohre. Ja. Jetzt hat er nämlich vier statt zwei. Die können nun mal wieder sauber gemacht. Da habe ich überlegt, ob ich sie vielleicht ändere. Aber ich lasse sie, glaube ich, in Silber, weil in Schwarz würden sie einfach untergehen. Ich finde es auch irgendwie, Abgasanlagen in Silber, also die Endrohre in Silber, finde ich einfach irgendwie klassischer. Ich weiß nicht. Also in Schwarz passen sie, ich will da nichts Falsches sagen, passen sie auch zu vielen aus. Aber ich finde es so irgendwie schöner, weiß ich nicht. Genau. Also mir gefällt es auch so, wie gesagt, nur mal wieder mit ein bisschen Edelscheidpflege sollte ich sie vielleicht bearbeiten. Sind die so schlimm, die sind. Ja, ja, meine Güte. Genau. Wichtig ist das hier. Ja, der musste drauf. Und jetzt fragt auch keiner mehr. Also fast keiner mehr. Das war mir wichtig. Ich habe das irgendwo gesehen, habe ich mir gedacht, das muss drauf. Die Blicke, wenn die Leute an der Ampel neben dir stehen, unbezahlbar. Also es ist wirklich mega. Was ist das für eine Abgasanlage überhaupt? Das ist von Grail, die Extreme. Also vorher hatte ich die Deep. Die hatte noch einen Mittelschalldämpfer. Und ich habe jetzt abgegradet auf die Extreme Variante. Die hat nur noch eine H-Pipe. Also kein Mittelschalldämpfer ist aber 100% legal. Also ist alles TÜV-konform. Genau. Das ist geil. Die sind für Mustang, würde ich sagen, also viele Mustang-Fahrer bevorzugen halt die Anlage, weil es eben extrem laut sein kann, aber eben auch legal. Hast du im Innenraum irgendwas noch gemacht? Ja, das Alcantara-Lederlenkrad. Dann machen wir ja kurz die Tür auf. Das hatte ich ja das letzte Mal, also bei unserem letzten Video schon gesagt. Blöderweise hatte ich sie nur in den Nähten und die 12 Uhr Stellung. Ist halt an die alte Folie noch angepasst. Das war jetzt ein lila Kontrastnähte und so blau-lila 12 Uhr Stellung. Ich denke, dass man das bestimmt auf jeden Fall ändern könnte, aber ich würde es dann, wenn dann universal ändern, weil falls die Folie mal runterkommt, nicht, dass ich dasselbe dann wieder habe mit roten Nähten und alles. Genau. Ja, weil sonst müsstest du es dann halt immer anpassen. Das ist dann, glaube ich, ein bisschen stressig, wenn du dann doch sagst, ach, ich mache wieder eine andere Folie, dann passt es wieder nicht dazu. Das ist, glaube ich, so ein bisschen. Ja. Carbon-Schaltwippen habe ich noch. Und das ist auch das Einzige, was Carbon in dem Auto ist. Und eben noch Shelby, also ja, Fußmatten mit der Shelby-Unterschrift. Wirst du im Innenraum noch irgendwie was machen oder sagst du, nö, das ist eigentlich so? Also ich würde gerne noch hier die Konsole folieren. In Schwarz? Entweder in Schwarz oder in so einem gebürsteten Schwarz oder Anthrazit, genau. Aber sonst, ich meine, man könnte schon noch das Display umbauen auf so ein Tesla-Display, was wirklich so ein riesen Computer ist. Aber das muss, finde ich, nicht sein. Nö. Ich finde, jetzt, wie du es jetzt schon sagst, nur das halt so ein bisschen jetzt im Innenraum stört, obwohl es jetzt eigentlich auch nicht störend ist. Aber wenn es schwarz wäre oder dunkler, wird es, glaube ich, edler ausschauen. Ja. Obwohl grundsätzlich, der Wagen kann noch so stimmig sein. Auf dem Innenraum hacken sie immer rum, dass ja angeblich so viel Plastik verbaut ist. Das war bei den älteren Modellen der Fall. Aber bei dem S550 haben sie sich schon echt Mühe gegeben. Wir haben ja den M2 im Vergleich zu Hause. Und wir müssen sagen, dass der Mustang eigentlich echt noch ein Ticken besser verarbeitet ist. Also ich kann von dem Mustang-Innenraum jetzt absolut nichts Schlechtes sagen. Ich finde es jetzt nicht schlimm. Man könnte die Sitze natürlich. Gibt es verschiedene, die man sich aus den USA noch bestellen kann. Aber es ist das Problem, ich wollte unbedingt die Sitzheizung und die Sitzkühlung. Besonders wenn es so heiß ist, ist das schon echt sehr nice. Aber das ist dann nicht immer kompatibel. Also es gibt das Ganze ja noch mit Recaro-Sport-Sitzen. Aber eben keine Sitzheizung und keine Sitzkühlung. Ja, ich glaube, gerade du fährst, du bewegst dich ja schon als Alltagsfahrzeug im Sommer, oder? Ja. Und dann ist es als Alltagsfahrzeug einfach besser, wenn du Sitzkühlung und Sitzheizung hast. Ist schon angenehmer, als wenn du jetzt, sag ich mal, das Auto nur... Wenn es wirklich nur schön Wetterfahrzeug nutzt, dann okay. Dann kann man vielleicht nochmal drüber reden. Aber so alles richtig gemacht. Ja. Man könnte jetzt natürlich auch noch den Innenraum, die Mittelkonsole mit Alcantara-Folie beziehen. Aber das ist nicht so mein Ding. Weil man sieht halt wirklich jeden Staubkrümel, jeden Fussel drauf. Und ich würde dann permanent mit einem Staubsauger die ganze Zeit drüber fahren. Also da bin ich voll der Monk. Ja. Das ist nicht so meine Welt. Habt ihr im Motorraum irgendwas gemacht? Noch nicht. Also wir haben ja die Stage 1 drauf. Und einen anderen Luftfilter, aber auch einen legalen, keinen offenen. Weil der würde in Kombination mit der Abgasanlage nicht mehr gehen. Dann wäre das nicht mehr legal. Deswegen wird da auch nichts gemacht. Wir machen jetzt nur... Also ich habe mir die Ansaugbrücke vom Facelift gekauft. Die wird jetzt im August noch eingebaut. Dann hat er noch ein bisschen mehr. Beim Sauger, wie gesagt, geht nicht viel. Wir müssten jetzt so circa 465 bis 470 haben. Und die Ansaugbrücke könnte, wenn wir Glück haben, wenn wir es nochmal abstimmen, also die Drosselklappe muss auf jeden Fall noch abgestimmt werden, so 490 bis 500 müsste er dann haben. Und dann gibt es wirklich nur noch Kompressor. Also da ist dann Ende. Und was hat der Original? 421, das Modell. Das Facelift hat 450. Deswegen auch die 30 PS, die die Ansaugbrücke wahrscheinlich mehr bringt. Andere Frage? Bist du jetzt so zufrieden mit deinem Auto? Oder sagst du, ah, nee, da... Doch, doch. Bis jetzt... Ich wüsste nicht, was ich noch mehr machen könnte. Man könnte natürlich noch andere Kotflügel im GT500 Style anbringen. Was ist da anders? Sind die breiter? Die sind etwas breiter und ich glaube, die haben hier noch einen Lufteinlass, wenn mich nicht alles täuscht. Aber damit habe ich mich noch nicht so auseinandergesetzt, weil das ist jetzt was, was nicht unbedingt sein muss. Ja, Gewindefahrwerk habe ich ja jetzt drin. Von wem ist das? Ja, das ist das STX. Also es reicht mir auch, weil ich fahre ihn ja im Winter nicht, deswegen ist es nicht so schlimm, wenn es kein Original-KW ist. Und für meine, also für das, was ich fahre, reicht mir das völlig aus. Weil der Bus dann kann ja eh nur geradeaus fahren. Kann ja keine Kursen fahren. Und da kommen dann wieder die Hater, ne? Nee, das passt. Aktuell, wir könnten schon noch ein wenig tiefer gehen. Also wir haben noch Restgewinde, ich glaube von anderthalb bis zwei Zentimeter. Er war mit den 19 Zöllern tiefer. Ist ja ganz klar. Aber ich finde es fast so besser, weil ich streife sowieso jetzt schon aus. Die Litte ist ja so schön. Aber ich finde das eine ganz schöne Höhe. Es schaut sportlich aus. Und ich glaube, wenn du noch tiefer gehst, musst du halt, glaube ich, noch mehr auf die Lippe aufpassen. Und irgendwann macht es dann, glaube ich, beim Fahren keinen Spaß mehr, wenn du auf so jedes Blatt achten musst. Ja, und ich komme im Nürnberger Raum eigentlich nur noch in ein Parkhaus, also in den Erlangener Arkaden, sonst keine Chance. Also ich habe wirklich da einfach viel zu viel Angst, dass irgendjemand mir dann die Front in der Einfahrt runterschrauben muss, weil wir stecken bleiben oder irgendwas, ne? Vor allem, wenn du noch mal Loreen seht, grüßt sie mal freundlich auf der Autobahn. Also sagst du quasi, so wie er jetzt dasteht, bist du jetzt zufrieden? Weil beim ersten Video hast du gesagt, ja, das können wir noch mal. Ja, aber also das Einzige, was ich jetzt noch machen würde, sind sequenziell blinkende Heckleuchten. Die gibt es. Das würde ich jetzt noch ändern und es gibt neue Frontscheinwerfer aus LED, die haben dann hier oben, also nicht mehr dieses Auge, sondern die haben hier so einen LED-Streifen. Die schauen auch richtig, richtig gut aus. Das wäre jetzt noch so ein bisschen Kleinigkeiten, aber sonst steht er für mich eigentlich so, wie ich ihn wollte. Was hat es jetzt eigentlich mit diesem Sticker aufsehen? Mit Crowdhunter? Ja. Da gibt es eine lustige Geschichte. Ich war auf einem Treffen im Osten, bei einem DB-Contest und da hat dann der Moderator gesagt, ja, passt auf, der Mustang fährt vorbei, wir kennen ja alle, wie es ausgeht, macht lieber Platz und da ist auch noch eine Frau am Steuer, dachte ich mir, okay. Okay, ja, man muss nur mal Mustang-Meme eingeben, dann merkt man das, es ist halt in den USA schon leider ein paar Mal passiert. Es gibt so ein paar Mustang-Fails, wo sie driften und driften dann gegen die Laterne. Ja, oder in die Menschenmenge, deswegen Crowdhunter, Massenjäger, aber ich fand es lustig, weil wie gesagt, jeder immer so das Mustang, wenn Mustang immer diese Meme im Kopf, dann habe ich gedacht, gut, machen wir einen Spaß draus. Ich hatte euch ja noch die Chance gegeben, zu Lorraine oder ihrem Mustang nochmal Fragen zu stellen und ich hätte gesagt, wir switchen jetzt einmal in die Fragerunde. So, heute mal ganz professionell mit dem Stativ werden wir unsere Fragen beantworten. Starten wir mit der ersten Frage. Der Mustang ist absolut genial und mega geil und dass er von einer Frau gefahren wird und auch designt wurde, spricht für Lorraine und ihr tolles Policar. Dankeschön. Kann sich mancher Mann aus der Tuning-Szene eine dicke Scheibe von abschneiden? Das war jetzt zwar eher keine Frage, aber das war ein dickes, fettes, geiles... Das freut mich natürlich umso mehr. Kompliment. Also sowas zu hören, gerade von den Männern, ist einfach... Ja, sehr schön. Es geht wie Öl runter, ne? Hallo Lorraine, wurde der Motor getunt? Ja. Also wie im Video schon gesagt, Stage 1 hat er jetzt und im August bekommt er Stage 2 mit der anderen Ansaugbrücke, genau. Hast du das Design nach deinen Wünschen machen lassen? Ja. Also ich, gut, ganz, ich wollte eigentlich eine Folie, die mehr ins Bordeaux-Rot geht. Ich habe auch das ganze Internet durchgesucht. Es gab auch mal eine, wo ich ein Bild hatte, dass ich es genau so haben will von der Farbe her, aber die ist leider nicht mehr lieferbar gewesen. Also schon seit zwei Jahren nicht mehr. Deswegen... Wie bist du dann auf die gekommen? Hast du dann auch einfach im Farbfächer gesehen? Genau. Ich wollte dann irgendwas Auffälliges und dann habe ich mir gedacht, rödliche Richtung, so soll es werden. Sieht geil aus. Bei mir in der Nähe ist ein Händler mit circa 30 Mustangs, da schaut er gerne immer mal vorbei. Viel Spaß mit dem schicken Fahrzeug. Dankeschön. Nicht schlüpfrig gemeint, geht ja bei dem Grenzen ausloten... Was, Grenzen ausloten mit dem Kfz, auch mal der Schlüppi? Also ich hatte zweimal den Fall, wo er mir ungewollt ausgebrochen ist. Ich habe ihn aber immer wieder gut fangen können, aber natürlich denkst du dir erstmal in dem Moment, oh shit, was passiert hier jetzt? Aber Respekt vor dem Auto ist immer noch da, nach wie vor, aber man kommt immer besser zurecht. Also man weiß, wo man hingehen kann, wo man aufpassen muss, aus Kurven raus beschleunigen, ist, man muss sagen, das ist ein richtiges Heckmonster und bei nasser Fahrbahn fahre ich sowieso total ungern, also da hat man ihn kaum noch unter Kontrolle. Also ich habe jetzt schon eine größere Bereifung hinten drauf und auch echt gute Reifen, aber ich will es nicht ausreißen. Es muss nicht sein, dass ich mir meinen Traum zerschieße wegen Quatsch machen oder irgendetwas. Das ist mir überhaupt nicht wert. Da schreibt jemand, oh jetzt wird es interessant, ich kann fast nicht glauben, dass dieses Auto einer Frau gehört. Doch, das gehört mir. Aber mit solchen Kommentaren hat man, glaube ich, als Frau, wenn man ein geiles Auto fährt. Und ist auch nicht gelieft. Ja, ich glaube immer so ein bisschen zu kämpfen. Oh, jetzt kommt der Ordner. Mein Gutachtenordner. Und ich zeige es jetzt auch nochmal. Das ist wirklich mein Auto. Aber dein Ordner für die ganzen Eintragungen, der sieht auch schon ganz dick gefüllt aus. Ja, das ist auch ganz wichtig. Hast du trotzdem, sage ich mal, Probleme mit Männern, dass die dann nicht glauben können, dass das dein Auto ist? Jetzt gerade, du besuchst ja auch viele Autotreffen, gehst da oft hin. Kommen da dann manche zu dir und sagen irgendwas Blödes oder hat sich das jetzt gemildert? Also es ist besser geworden, nachdem uns jetzt wirklich Bamberg, Nürnberg so, es spricht sich natürlich in der Szene rum. Man kennt uns ja auch zu zweit. Mein Mann fährt ja den orangenen M2 und es wurde immer weniger. Also je mehr man die Leute auf Treffen sieht oder so und sich an die Autos erinnern kann, dann wissen die okay. Aber es gibt natürlich immer noch die ein oder anderen Ausreiser. Besonders bei German Race Force war das ja so. Das war schwierig, schwierig. Nächste Frage. Wie zahlt sie ihren Sprit und wie hoch ist der Verbrauch? Also ich bin vor zwei Wochen nach Hamburg gefahren mit Tempomat 135 kmh. Da habe ich zehn Liter verbraucht, wirklich. Also ich bin mit einer Tankfüllung nach Hamburg gekommen. Durchschnittlich, wenn man gediegen und auch wenn es sportlich fährt, 12,5 kmh. Ich arbeite Vollzeit in einem Möbelhaus und ich habe nebenbei noch ein Nagelstudio. Also ich habe so eine gefühlt 50 Stunden Woche. Das ist einfach mein Ding. Ich weiß, wofür ich das mache und damit finanziere ich natürlich auch das Auto, den Sprit, die Anbauteile und alles, was dazu gehört. So, da wären wir schon am Ende vom Video angekommen. Erstmal, Lorin, vielen lieben Dank, dass du zum zweiten Mal dein Auto vorgestellt hast. Das hat sich ja nun wirklich einiges getan. Falls ihr trotzdem noch irgendwelche Fragen habt zu Lorin, könnt ihr die gerne unten in die Kommentare hauen. Ich packe euch auch an Lorens Instagram-Seite oder ich packe einfach alles unten, alles rein, in die Infobox rein. Und da könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Ansonsten hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Lasst einen Daumen nach oben da und wir sehen uns beim nächsten Video. Macht's gut! Das ist ein Daumen nach oben da und wir sehen uns beim nächsten Mal.